Fußball ist für mich Mein Leben Ich fühle mich gerade Super Wenn ich eine Superkraft hätte, wäre das Fliegen Wenn es kein Instagram geben würde Dann gäbe es kein Instagram Das Volksparkstadion Das ist unsere Festung Meine Fußballschuhe müssen immer Sauber sein Mein Lieblingshemd hat die Farbe Blau Wenn ich alt bin Dann habe ich hoffentlich ein schönes Leben gehabt Am meisten Angst habe ich Hab selten Angst Heimat ist für mich Sehr sehr viel Ich finde meinen Zimmerpartner Alwin Weltklasse Lachen muss ich Sehr sehr oft Das Land, in dem ich noch leben würde, wäre Definitiv ein sehr warmes Heute Abend Werden wir essen Und gleich erstmal saunieren Jetzt werde ich Aufs Zimmer gehen Und mich für das Saunieren fertig machen Ciao Bubötzlich Jochen Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal